Hallo, hallo, hier ist die Hötter von Funkelkram. Schön, dass du da bist. Heute gibt es gleich ein doppeltes Flipthrough. Heute habe ich diese beiden Mermaid Secret Bücher ja fertig und jetzt schauen wir sie uns mal an. Das war der Prototyp, an dem habe ich das alles ausprobiert und das haben wir ja dann zusammen in meinem Tutorial gebastelt. Und weil ich ja nun mal Unikate mache und nicht zweimal das gleiche, habe ich dann hier einfach das Cover anders gestaltet. Und alle, die das Tutorial gesehen haben, werden jetzt feststellen, ups, das war aber ganz anders, als sie das im Tutorial gemacht hat. Ja, als ich fertig war, war mir das dem immer noch zu ähnlich, weil das quasi fast dieselbe Farbe hatte mit diesem Grün. Das hat mir nicht gefallen, also bin ich da mit Blau und Türkis nochmal drüber gegangen, damit sich das ein bisschen unterscheidet und vor allen Dingen habe ich es dann noch beglitzert. Mein Hauptproblem wird jetzt das im Video zu zeigen, weil die Kamera das gar nicht gut wiedergibt, wenn irgendwas so glitzerig ist oder metallig oder so. Das funktioniert nicht besonders gut. Wir gucken aber gleich beim Flipthrough, ob ich es rübergebracht bekomme. Ich möchte gerne mit diesem hier anfangen. Das ist Mermaid Secret Grün und das ist Mermaid Secret Blau. Die Buchrücken können wir uns mal gerade parallel angucken. Die sind sich auch ähnlich, aber nicht gleich, weil ich das anders gebunden habe als das hier. Aber das tun wir jetzt erstmal zur Seite und schauen uns das hier mal in Ruhe an. Ja, das hat also eben diesen grünlichen, auch mit so einem leichten Metallschimmer, das Cover. Da habe ich auch ein bisschen hier um den Rahmen, wenn man es bewegt, sieht man es so ein bisschen. Da habe ich mit Gilding Wax und mit einem ganz kleinen bisschen Glitter habe ich das so ein bisschen aufgerüscht, weil ich einfach finde, Mermaids müssen glitzern. Das gehört irgendwie dazu. Ja, das ist ein Anhänger, den gibt es ja bei uns im Shop, dieses Seepferdchen. Und den habe ich einfach mit Gilding Wax ein bisschen bearbeitet, weil der mir farblich Silber hierzu nicht so gut gefallen hat. Und das, also Gilding Wax mit Metall, also Sachen so zu bearbeiten, das geht ganz gut. Eben wie gesagt, hier hinten sind die Signaturen mit diesen Perlen eingenäht und hier ist einmal ein Gummiband, das seht ihr gleich von innen, warum ich das so gemacht habe. Das habe ich bei dem anderen, habe ich das anders gelöst. Und hier hinten drauf habe ich dann noch eine kleine, ups, abgestürzt, eine kleine Collage. Sie sehen? Ja. Von der Meerjungfrau draufgeklebt. Und dass das jetzt hier so fleckig aussieht, das ist genau das, was ich meine. Wenn das nicht in der Kamera ist, unter normalen Bedingungen, sieht das eigentlich total cool aus. Das hat eine sehr, sehr schöne Patina. Und jetzt hier die Kamera, die gibt das so fleckig wieder. Da sieht das, da sieht das ein bisschen komisch aus. Das ist also im echten Leben sehr viel hübscher. Ja, und das Lesezeichen, was mir gerade rausgeplumpst ist, das habe ich da dran gemacht, weil ich immer gerne Lesezeichen habe und auch irgendwie das als Bimselbamsel hier noch so passend fand. Und da habe ich den Anhänger von der kleinen Meerjungfrau. Das ist ja mein eigener Entwurf. Ihr wisst ja, dass ich eigentlich Schmuckdesignerin bin. Und die habe ich selbst entworfen hier. Die musste da natürlich mit ran. Das lege ich aber mal zur Seite, weil das sonst so klappert. So, und dann widmen wir uns mal dem Innenleben. Hier ist also das Geheimnis, das Aquarium mit der kleinen Meerjungfrau drin. Und das habe ich ja im Tutorial gezeigt, wie ich das gemacht habe. Da ist also diese Meerjungfrau, dann sind hier echte Muscheln drin. Und das Grüne hier, was so aussieht wie Seetank, das ist einfach Märchenwolle. Das könnte man ja für ein anderes Journal auf andere Weise gestalten. Das ist ja im Prinzip wie so eine Shadowbox oder wie so ein Schaukasten. Und da könnte man ja alles Mögliche hinter machen. Also diese Idee darfst du gerne klauen für dein nächstes Journal. Wenn du wegen mir ein Naturjournal machst oder ein Vampirjournal oder sonst was, kannst du auch die Blutreserven hier hinter verstecken. Ja, oder irgendwas, was man im Wald gesammelt hat. Das ist ja völlig übertragbar auf jedes Thema. Ich hatte mich auch schon mit jemand unterhalten, die wollte gerne ein Backbuch machen und hatte schon gesagt, lauter so aus Steamclay so Pralinen zu machen und die da alle reinzutun. Fand ich auch eine coole Idee. Also da fallen einem dann tausend Sachen ein, wie man diese Art von Schaukasten in ein Journal integrieren kann, um da die dollsten Sachen drin unterzubringen. Und ich bin schon mal sehr gespannt, mit was für Ideen ihr da noch so um die Ecke kommt. Der Link zum Tutorial, wie man so ein Schaukasten, also ein Aquarium in Anführungszeichen macht, ist hier unten drunter. Und dann klappen wir das auf und dann haben wir hier quasi wie ein kleines Lab-Book. Hier habe ich das dann alles schön beglitzert. Das sieht man jetzt auch, wenn ich das so bewege, dass das schön schillert in allen Grüntönen, die es so gibt. Hier ist ein kleiner Brief für den neuen Besitzer und dann mein Tag, den ich immer überall dran mache, wer ein Buch von mir kauft, der hat immer dieses Handmade mit meiner Unterschrift da drauf, weil ich immer finde, man sollte sein Objekt mal ein bisschen signieren, aber wer will schon was in so einem Buch gekritzelt haben, deswegen mache ich das immer auf dem Tag separat. Dann kann man das rausnehmen, wenn man das nicht mag. So, und hier vorne hinter dem Aquarium, so verborgen, ist dann ein kleiner Folder. Und da habe ich ja die Geschichte von Hans Christian Andersen, von der kleinen Seejungfrau, heißt die ja eigentlich im Original, ausgedruckt und hier mit reingemacht. Und das ist wirklich das Original von 1800 irgendwas. Ist nur wenig dekoriert, ist also Platz für deine eigenen Gedanken, was dir dazu einfällt, zu den Märchen. Oder vielleicht möchtest du Bilder gestalten, möchtest du was stempeln oder so. Da gibt es dann halt auch ein bisschen Raum noch, damit man das so machen kann. Wir haben ein paar Leute gesagt, dass sie das Originalmärchen so traurig finden. Ich finde das tatsächlich gar nicht. Ganz unterschiedliche Interpretationen, glaube ich, von meiner Seite, wie das endet. Der Film von Walt Disney, Ariel, der basiert hier drauf. Der basiert auf dieser Geschichte, die haben das Ende nur ein bisschen abgeändert, weil die das halt für Kinder so Hollywood-romantisch machen wollten. Naja, das muss halt jeder für sich selbst entscheiden, ob er das so gut findet oder nicht. Ich bin mal gespannt, wenn diese Geschichte denn jetzt vielleicht mal im Original gelesen wird, wie ihr das dann so einschätzt. Ich finde das eigentlich, mir gefällt das Ende eigentlich ziemlich gut. Dann haben wir hier noch eine kleine Geheimtasche für geheime Briefe oder irgendwelche, weiß ich was, Dokumente. Irgendwas, was nicht jeder gleich sehen muss, kann man da hinten gut verbergen. Das Cover, das habe ich gestempelt. Ich überlege gerade, wie diese Stempelfirma heißt, wo dieser Stempel her ist. Pink irgendwas. Aber ich, Frau Wittlig, können Sie eine Schleife binden? Nö, können Sie nicht. Oh, wie peinlich. Also echt. Ich habe gelernt im Kindergarten, wie man sich die Schuhe zubindet. Sollte man doch auf den Junk Journal übertragen können. Jetzt. Das ist, weil der Faden hier doppelt ist. Jetzt ist es schön. So ist es hübsch, so kann man es lassen. Und hier hatte ich ja dann die drei Signaturen eingebunden, als ich dieses entworfen habe. Und das mit diesen Perlen gemacht. Und dann habe ich halt festgestellt, das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Weil diese Signaturen sind ja ziemlich auf einer Seite. Und hier war dann alles nackig. Das hat mir nicht gefallen. Also habe ich da einfach ein Gummiband mit eingearbeitet. Und da kann man die Fische so ein bisschen, hat man was zum Spielen. Das fand ich eigentlich ganz lustig. Die habe ich also mit Absicht nicht fixiert, weil ich fand, die müssen ja schwimmen. Spielkindheit, ne? Und habe dann gedacht, jo, irgendwas kann man dann hier noch drin unterbringen. Und ich habe mich für so einen Umschlag entschieden. Da habe ich meine ganzen Restchen, die ich noch hatte von der Gestaltung von meinen ganzen Mermaid Büchern. Da hatte ich nämlich noch jede Menge Sticker und Die Cuts und lauter so ein Kram. Und das habe ich dann hier alles mit reingemacht. Und habe gedacht, der neue Besitzer freut sich. Dann hat man gleich so ein Starterpaket zum Dekorieren. Das ist, glaube ich, ganz schön. Und wenn nicht, kann man das ja auch hier entfernen und kann dann vielleicht noch eine kleine Signatur einbauen oder irgendwas anderes. Ja, und das ist auch einfach eine Karte gestempelt und mit Aquarellfarbe bearbeitet. Und dann haben wir jetzt hier drei Signaturen mit einer ganze Menge Spitze, weil Mermaids eben nun mal Mädchen sind und die haben ja gerne Tüdelkram und da muss dann auch Spitze her. Und da habe ich dann einfach jede Menge Charms dran gehängt. Wir haben ja zu diesem Thema Meer und Ozean und so haben wir ja alles Mögliche. Das ist übrigens einer von meinen Lieblingscharms hier, muss ich mal zeigen. Mit dieser süßen, kleinen winzigen Muschel mit der Perle drin, den finde ich so niedlich. Und darum habe ich die auch alle schön mit der Sicherheitsnadel da so dran gemacht. Dann kann man ihn nämlich auch abmachen und an der Kette tragen, wenn man das möchte. So geht's dann los. Ist ja eine Kombination aus unserem Mermaid-Papier und dem Stemperia. Und das ist dann ein Folder zum Aufmachen. Und da habe ich dann eine Karteikarte gestempelt und in Tee gefärbt und sowas alles, damit man noch ein bisschen Platz zum Schreiben und zum Gestalten hat. Und das Coolste sind ja wohl diese Büroklammern, oder? Ich weiß nicht mehr, wo ich die gefunden habe, in irgendeinem Kramladen. Und dann fand ich die so herrlich. Da habe ich gedacht, die müssen unbedingt mit Fischschwanzbüroklammern. Das muss man erst mal haben. Ja, das ist dann Papier und das ist von dem Stickerbogen, der dabei ist bei dem Papierset. Und dann habe ich einfach mit der Stempelschablone, mit Stempelfarbe und Schablone, das alles noch so ein bisschen aufgerügt, damit es ein bisschen hübsch ist. Ein paar kleine Akzente gesetzt. Hier haben wir dann eine Butterbrottüte. Das ist auch in dem Stemperia-Papierblock, sind ja immer solche Text zum Ausschneiden dabei. Und ein Sticker ist auch noch einer, einer der übergeblieben ist. Ja, und hier habe ich dann einfach einen von den Die-Cuts drauf gemacht. Und der Briefumschlag mit ein paar kleinen Kärtchen. Kann man da noch ein paar Notizen machen, vielleicht eine Affirmation draufschreiben oder sowas. Go with the flow. Das ist ja auch bei diesen Stemperia-Blöcken immer dabei. Da sind ja immer so Seiten, wo so Sprüche und sowas draufstehen. Das finde ich dann auch immer ganz praktisch, dass man dann hier und da mal so einen Akzent setzen kann. Hier ist dann wieder ein Charme, ein Anhänger, ein süßer kleiner Seestern. Ja, und hier, das ist auch der Dekorationsbogen. Bei dem Mermaid-Papierset ist ja auch so ein Bogen zum Ausschneiden, damit man schon mal so ein bisschen Deko hat für das Junk-Journal. Und da sind halt auch diese Dinger dabei. Die habe ich jetzt mal wie so ein, nochmal wie so ein kleines Extra-Heft da dran gemacht. Und dann wollte ich da gerne eine Karte reinstecken. Und ich hatte noch eine von meinen Elfen-Karten, die ich gestempelt habe. Und ich finde, das ist ja auch Fantasy, dass also Elfen und Mermaids und Drachen, das finde ich, passt in meiner Welt alles ganz prima zusammen. Ja, und dann hier in der Mitte, das sind immer noch die beiden Grazien, von denen ich gerne wissen würde, was sie sich erzählen. Vor allem, wie sie hier so an diesem Fisch dran ist. Ich würde gerne mal wissen, ob Fische kitzelig sind. Weiß das irgendjemand? So, und dann haben wir hier noch ein paar Charms. Ja, und das Papier. Das habe ich mit unseren Pigmenten, die es bei uns im Shop gibt, eingefärbt. Das habe ich erst im Tee gebadet und als das noch nass war, habe ich die einfach so da drauf gekippt. Dazu gibt es ja auch ein Papierfärbe-Video von mir, wie man dann diese irren Effekte hinbekommt. Und das klappt meistens am besten, auch wenn ihr irgendwie Aquarellfarbe oder Wasserfarbe oder sowas benutzt. Und ihr sprüht das einfach irgendwie drauf auf das Papier. Da mal Desinfektionsmittel drauf sprühen. Denn das macht diese Flecken irgendwie. Ich weiß auch nicht genau, was da passiert, wenn der Alkohol draufkommt. Aber das sorgt einfach dafür, dass sich an den Stellen so ein bisschen die Farbe so wegsaugt. Und dadurch gibt es dann solche irren Muster. Hier ist das auch. Da hat das ganz hervorragend geklappt. Mehrere Farben gemischt. Das macht mir immer unheimlich Spaß. Ich färbe so gerne Papier, weil man dann erstmal rumsauen kann. Das mache ich ja am liebsten. Da sind noch ein paar Kleinigkeiten zum Dekorieren drin. Und vor allen Dingen, weil man vorher ja nie weiß, was passiert. So, ich liebe das ja, wenn solche zufälligen Ergebnisse dann so cool sind, finde ich das immer total toll. Das ist übrigens Briefpapier. Das habe ich gar nicht eingefärbt. Also das habe ich da nochmal im Tee gebadet. Aber dass das so marmoriert war, das war schon so. Ich habe noch zwei Blöcke gehabt mit grünen und blauen Briefpapier. Die habe ich irgendwo ganz unten aus irgendeinem Schreibtisch ausgebuddelt. Von einer Zeit, als man noch Briefe mit der Schneckenpost verschickt hat. Ist eigentlich auch schade, dass man heute fast nur noch WhatsApp und E-Mail bekommt. Und ich finde es immer so schön, wenn man nochmal einen Briefumschlag mit einem richtigen Brief oder eine richtig schöne Postkarte hat. Ich verschicke auch wieder Postkarten aus dem Urlaub. Weil ansonsten alle Leute immer nur irgendwas per WhatsApp schicken. Da habe ich das wieder angefangen. Und ja, es wird auch immer sehr bejubelt, muss ich sagen. Also meine Freunde und auch meine Kinder und so, die finden das dann immer ganz toll. Wenn dann nochmal wieder eine richtige Postkarte mit einer echten Brief abgekommt. Ich finde, das ist eine Tradition, die man wieder aufleben lassen sollte. Nicht immer alles nur digital. Auch wenn man aus dem Urlaub zurück ist und dann die Karten erst eine Woche später kommen. Macht ja nichts. Macht ja trotzdem Spaß. So, viel Platz zum Schreiben und zum Selbstgestalten. Ihr sollt ja da auch euer eigenes Ding draus machen können aus diesem Buch. Und dann habe ich hier noch eine Karte. Ich habe ein paar neue Prägefolder bekommen zum Ausprobieren. Die finde ich sehr schön. Das war das erste Mal, dass ich einen 3D-Prägefolder hatte. Und die sind also echt cool. Da sind wir schon am überlegen, dass wir die vielleicht ins Sortiment nehmen sollten. Weil die einfach wirklich toll sind. Ja, hier haben wir dann nochmal ein schönes, ganz altmodisches Bild. Kleine Collage. Die ist auch in dem Stickerbogen dabei. Ach ja, und hier kommt die Postkarte von Waterhouse. Und ich fand zu diesem schönen, altmodischen Bild muss auch eine schöne, altmodische Spitze. Das ist von William Waterhouse. Und das Bild heißt Hülers and the Nymphs. Und Hülers war ja irgendein Sohn von irgendeinem Gott. Ich bin in der Mythologie da nicht so ganz, nicht so fit. Auf jeden Fall haben die Ladies versucht, ihn ins Wasser zu locken. Ich müsste jetzt allen Ernstes nochmal nachlesen, ob sie es geschafft haben. Aber ich finde dieses Bild herrlich, wie sie ihn also angucken. Die haben einen Blick drauf. Ja, also, na, kriegen wir ihn jetzt hier in den Teich. Finde ich also herrlich. Gefällt mir unheimlich gut. Gut, ich mag alte Gemälde. Finde ich irgendwie ganz toll. Ja, dann haben wir hier noch ein paar Charms. Die gibt es jetzt im Moment noch nicht im Shop. Die sind aber unterwegs. Die habe ich, ja, zur Probe bestellt und fand die dann total toll, weil die halt farblich hier so perfekt reinpassen. Da gab es aber eine Lieferverzögerung. Die müssten dann demnächst kommen. Und das Schöne ist ja, dass man Charms auch nachträglich noch gut einfügen kann, wenn ihr die also dann später noch im Shop entdeckt und eure Bücher sind schon fertig. So einen Charm kann man ja auch hinterher immer noch dazu machen. Das ist nochmal dieses ganz alte Notenpapier. Habe ich ja schon hundertmal erwähnt. Die sind ja in allen meinen Büchern. Irgendwo taucht immer so ein Blatt auf. Von ungefähr 1920 sind die von dem Opa von meiner Freundin, der in einer Marschkapelle gewesen ist. Und diese ganzen Noten waren alle auf dem Dachboden. Und dann war sie so nett, die nicht wegzuwerfen, sondern mir die zu geben, damit ich die hier in meine Bücher basteln kann. Noch ein paar schöne, schön viel Platz zum Schreiben. Gedichte, Gedanken, schöne Liedertexte und sowas. So, dann haben wir hier oben noch eine schöne Einstecktasche. Da habe ich dann auch noch ein Blatt aus unserem Mermaid-Papierset reingemacht. Naja, und dann haben wir noch ein bisschen was zum Spielen. Hier ist dann nochmal dieses Papier zum Ausziehen, diese Harmonika. Das hatte ich ja eben schon wie so ein kleines Heftchen zusammengebastelt. Und damit es hält, kommt da schön ein Tag drüber. Außerdem, wie gesagt, man braucht ja was zum Spielen. Und dann kann man das hier auch nochmal aufklappen. Ja, und da könnte man auch ein schönes Foto oder irgendwas hinter machen. Oder vielleicht auch nochmal einen kleinen Block einarbeiten. Mit ein paar hübschen Bildern oder so. Damit man was zu gucken und zu entdecken hat in dem Buch. Das finde ich auch so süß. Die Kleine da, wie sie am Strand sitzt. Dieses Bild in der Muschel. Das ist also einer von meinen Lieblingsstickern eigentlich aus dem Stickerbogen. Gefällt mir total gut. Ja, und dann nochmal eine kleine Tasche mit einem kleinen Charm hier mit einem Tech. Und dann habe ich einfach gestempelt. Konnte ich mich so richtig austoben. Weil zum Thema Ozean und Meer und sowas alles habe ich eigentlich ziemlich viele Stempel. Und da konnte ich dann mal so ein bisschen alles so einsetzen, was hier so rumliegt. Ja, mit Schablone. Ein paar Blumen wachsen ja auch immer am Strand. Und dann hatte ich noch von der schönen Spitze was übrig. Da dachte ich, da muss noch so ein Pocket her. Weil ich einfach finde, das passt so gut zusammen. Und einfach noch eine Seite, die übrig war aus dem Papierset. Das habe ich dann hier noch mit reingetan. Das wäre ja das perfekte Briefpapier, um mal einen richtig schönen Schneckenpostbrief zu schreiben. Ja, und natürlich die Leuchttürme, die dürfen auch nicht fehlen. Ja, und das ist dieses grüne Papier. Das ist das Trennpapier. Wenn wir die Papiersets aus der Druckerei bekommen, liegen immer zwischen den Sets diese grünen Blätter. Die haben wir am Anfang immer rausgenommen. Inzwischen schicke ich die mit, weil irgendwie grünes Papier kann man ja immer brauchen. Ich werde dann ab und an mal gefragt, so was genau soll dieses grüne Blatt. Das soll gar nichts. Wenn es dir nicht gefällt, dann kannst du es entsorgen. Das ist einfach nur, weil ein Junk-Journal-Bastler ja immer Verwendung für Papier hat. Und diese Farbe ist einfach hübsch. Die kann man für alles Mögliche verwenden. Ich habe es tatsächlich in Tee gebadet. Da kommt dann sowas bei raus und noch ein bisschen drauf rumgestempelt. Und ich finde, die Patina, die das im Tee annimmt, ist toll. Gefällt mir unheimlich gut. Für mehr Mermaid, für Drachen, für Forest, für Woodland, für alles kann man die ja verwenden, diese Farbe. Das ist immer schön. Grün ist für mich immer so relativ neutral. Das passt sich so schön an. Ja, dann haben wir hier noch eine Pocket und da auch schön mit den Wasserfarben rumgehext und gekleckert. Schöne Effekte drauf bekommen. Hier ist dann nochmal eine Meerjungfrau gestempelt. Ach ja, und hier meine Diecats. Ich habe die Diecats für so Muscheln und für Seesterne. Und da habe ich dann auch massenweise diese Dinge ausgestanzt und habe also dann therapeutisch vor mich hin so gemalt. Das ist was, wenn ich dann noch nicht weiß, was ich treiben soll oder mir nichts einfällt und ich habe den richtigen Pack an nicht, dann mache ich immer solche Sachen. Weil so Deko kann man ja immer brauchen. Und dann tüdel ich so vor mich hin und während ich dann so dran bin, dann sortiere ich meinen Kopf. Dann kriege ich danach was Vernünftiges zustande. Das ist immer so. Juttas Therapie. Andere Leute machen Yoga. Ich mache dann sowas. Ja, und dann sind wir hier nochmal am Ende angelangt. Eine Seite zum Hochklappen. Da ist nochmal eine kleine Büroklammer. Und nochmal hier schön mit der Schablone ein bisschen eingefärbt. Und ganz zum Schluss nochmal eine Einfolder. Ups, da fehlt was. Hier ist eine Transparentpapiertasche. Da ist nichts drin. Ihr wisst, immer wenn ich eine leere Tasche entdecke, da kommt noch was rein. Also eine Überraschung für den neuen Besitzer ist mal wieder fällig. Ja, und dann noch eine von meinen Karten. Da habe ich dann einfach gestempelt und gemalt. Das ist was. Das mache ich einfach unheimlich gerne. Ich finde immer so Karten, könnte ich den ganzen Tag bemalen. Das ist sowas. Da treibt einiges um. Da experimentiert man rum. Da hängt nichts von ab. Das ist einfach schön. Okay, das war die erste Nummer. Wichtig ist jetzt, wenn man ein solches Buch hat, ein quasi Labbook, wenn man da drin schreiben möchte. Wenn man klappt es nicht richtig auf, dann kriegt man hier ein Problem. Deswegen ist es immer wichtig, das ganz aufzumachen. Und dann legen sich die Seiten auch flach, dass man gut drin arbeiten kann. Das war also dann Mermaid Secret Grün. Und dann gucken wir jetzt mal bei Blau rein. Das ist das, was ich eben in dem Tutorial zusammen gebastelt habe. Auch hier ist ein Lesezeichen mit drin. Das habe ich ein bisschen anders gemacht. Da habe ich alles an Perlen reingewurschtelt, was hier so rum lag. Da ist auch eine von den süßen kleinen Meerjungfrauen dabei als Anhänger. Auch das lege ich jetzt mal zur Seite. So, und hier sind jetzt, ist kein Gummiband, sondern hier sind jetzt viermal wie eingenähte Signaturen. Nur, dass eins davon gar keine Signatur ist. Werdet ihr gleich sehen. Das ist von hinten quasi nackig, weil ich das so schön beglitzert habe, was man jetzt gar nicht wirklich sieht. Ich versuche mal ganz nah heranzukommen, nicht erschrecken, kann man es jetzt erkennen. So ein bisschen, hier sieht man das so ein kleines bisschen, dass da überall so Glitzer drauf ist. Es sieht jetzt vor der Kamera tatsächlich wieder fleckig aus, aber das ist es nicht. Also in Wirklichkeit sieht es wirklich richtig toll aus und es schillert so richtig schön. Das ist immer schade, dass man das mit diesem Kunstlicht irgendwie nicht hinbekommt. Das muss man aus dem Weg hier. Sonst habe ich keinen Platz zum Blättern. Ja, und vorne drauf ist eben auch wieder die Mischung aus unserem Stemperia-Papier und einem Bild von uns, von unserem Mermaid-Set. Hier habe ich jetzt die großen Deko-Ecken drauf gemacht. Jetzt mal zum Vergleich. Hier haben wir die kleinen. Gibt es ja große und kleine inzwischen von. Und auch hier ist ein Bügelverschluss dran. Und da habe ich tatsächlich, ich nehme einfach ein Spitzenband und dann kann man das da drauf nähen oder man kann das mit Mini-Breads befestigen. Die Spitze ist so fein, da hält das mit den Breads nicht so gut. Da habe ich es einfach dran genäht. Und hinten nehme ich dann zwei, drei, vier, je nachdem wie groß sie sind von diesen Breads. Das sind jetzt keine Mini-Breads. Man sieht das nicht so, aber die sind größer. Und das hat dann so gehalten. Meistens nehme ich drei oder vier, um das hier schön zu fixieren. Da wurde ich nämlich gefragt, wie ich das mache. Wie ich das vorne und hinten dann festmache hier mit diesem Band. Und wenn er sowas macht mit einem Bügelverschluss, mit einem Band, denkt dran, wenn ihr noch viel in euer Journal reinpackt, dass das noch wächst. Das heißt, das muss ein bisschen Spiel haben. Das darf hier nicht zu eng sein. Das muss ich hier noch ein bisschen ausweiten können, wenn das Journal noch ein bisschen größer wird. Sonst könnte man auch das Band erneuern, aber muss ja nicht unbedingt sein. So, dann schauen wir mal hier rein. Da haben wir jetzt, wenn wir das so halten, das ist nicht so reflektiert, unseren Schaukasten, unser Aquarium. Und hier ist jetzt keine Meerjungfrau drin. Hier habe ich mich jetzt für so eine Strandlandschaft im Prinzip entschieden. Das ist ein Papier aus unserem Set. Und dann habe ich einfach Muscheln, die ich an der Nordsegen im Roland gesammelt habe, reingemacht. Hier ist eine Möwenfeder. Und hier ist auch, das ist auch ein Stück Muschel. Und ja, Seegras, wieder eben Märchenwolle und einer von unseren schönen Stickern. Aber das seht ihr ja in dem Tutorial. Das ist ja das, was ich im Tutorial mit euch zusammengebastelt habe. Und außenrum natürlich ordentlich beglitzert. Hier sieht man es auch so ein bisschen, dass es reflektiert. Und da hatte ich keine Wassertropfen drauf gemacht. Warum habe ich das nicht gemacht? Ganz ehrlich, ich habe es vergessen. Das wollte ich in dem Tutorial eigentlich zeigen. Aber ich war so beschäftigt, das war so viel und das war so aufwendig. Und da habe ich komplett vergessen, dass man da noch Wassertropfen drauf machen kann. Aber wie gesagt, nehmt Window Colors, nehmt Klarlack, nehmt Nagellack wegen mir, irgendwas. Alles, was klar trocknet und so ein bisschen Struktur hat. Und dann habt ihr eure Wassertropfen. Kein Problem. So, hier geht das dann auf. Und hier vorne ist dann eine Karte drin, die ich gestempelt habe und mein Tag. Und auch hier ist noch ein, etwas zum Aufklappen. Und da ist dann auch nochmal ein kleiner, ein Fuddel ich da jetzt nicht raus, den kriege ich vor der Kamera wieder nicht rein. Aber da ist auch noch ein kleiner Tag drin. Und dann habe ich hier einfach ein Gummiband drum gemacht. Das habe ich tatsächlich einfach hier nur so drum geknotet, weil ich da auch dachte, so ein bisschen Extrapapier ist ganz nett. Und habe alle Seiten, die jetzt von meinem Mermit-Set noch über waren, einfach hier mit reingegeben. Eine kleine Tasche mit einer Karte. Aber ich dachte so, Extrapapier kann man immer brauchen. Das könnte man ja auch zerlegen. Das muss man ja gar nicht so als Heft benutzen. Deswegen habe ich auch nicht viel dekoriert. Im Zweifelsfalle einfach auseinandernehmen und dann hier in das Ganze noch mit einbauen. So. Hier ist dann das Briefchen an den neuen Besitzer. In der schönen Tasche. Und auch hier haben wir den Folder, in dem sich die Geschichte von der kleinen Meerjungfrau befindet. Habe ich also hier auch gemacht. Bisschen anders ausgedruckt. Da kann man die dann nochmal nachlesen. Und eine Pocket. Und diese Karte, die habe ich gestempelt und geprägt. Und die habe ich also mit Absicht jetzt einfach mal sozusagen nackig gelassen. Weil ich dachte, vielleicht hat die neue Besitzerin oder der neue Besitzer ja Spaß, das dann jetzt mal anzumalen und da selber was Schönes draus zu machen. Nach deinen eigenen Vorstellungen, das Ganze zu gestalten. Ja und hier ist dann auch nochmal eine Tasche. So einfach mit einem Tag für irgendwelche wichtigen Dinge, die man so ein bisschen verbergen möchte. Und auch hier sind drei Signaturen drin. Und hier seht ihr, dass ich nämlich diese vierte, was ich vorhin sagte, dass das vierte hier ist. So. Das sind ja vier. Die habe ich hier einfach, das habe ich hier einfach eingenäht. Und ich habe es auch einfach so gelassen, weil ich dachte, das überlasse ich dem neuen Besitzer, ob du da jetzt Spitze drüber kleben möchtest, ob du das so lassen willst, ob du da vielleicht irgendwelche Charmes dranhängen möchtest. Was auch immer dir einfällt. Ja. Ist ja dann dein Buch. Da machst du dann mit, was du gut findest. Auch hier sind dann wieder jede Menge von diesen kleinen Charmes, die wir uns eben alle schon angehuckt haben dran. Und da habe ich auch wieder die Spitze schön in einen Wasserfarben dran gebastelt. Und dann haben wir noch eine schöne Karte. Ich sagte, ich habe zum Thema Wasser und Meer und Ozean alle möglichen Stempel. Und mir fällt immer noch nicht ein, wie diese Firma heißt, die diesen irrsinnigen Stempel machen. Ich komme im Moment einfach nicht irgendwas mit Pink, aber ich weiß es nicht mehr. Kriege ich nicht mehr zusammen. Die habe ich also schon ewig, die habe ich mal auf einer Messe gekauft. Die habe ich gesehen und war sofort schockverliebt und habe ich einen ganzen Stapel von diesen wunderschönen Stempeln gekauft. Schon ewig, die habe ich schon ganz lange. Naja, dann geht es hier los, einfach mit dem Papier eingefärbt, bestempelt, wie ich das ja von dem anderen jetzt gezeigt habe. Auch hier ist dann wieder eine Tasche. Die habe ich dann mit der Schablone, mit den Wassertropfen so ein bisschen rumgehäckst und mal eine Seite Stoff mit reingemacht. Dann hatte ich dann noch ein bisschen Spitze und die habe ich einfach nur mit der Nadel hier dran gepinnt. Damit kann man abmachen und kann dann irgendwelche Cluster oder Geko draus basteln. So, take me to the sea. Da habe ich dann überall so ein bisschen mit den Schablonen wieder rumgehäckst. Kleine Collage, dann hatte ich noch ein bisschen von der schönen Gase übrig. Da habe ich gedacht, dann kommt die da mit rein. Und natürlich die süßen kleinen Charms, die es dann demnächst bei uns gibt, die farblich so wunderbar dazu passen. Es ist so ein schönes Bild hier. Das gefällt mir so gut. Ich finde, das hat Roland ganz toll gemacht. Ja, hier dann nochmal eine kleine Collage. Und ist das nicht irre immer, was das für einen Effekt macht, wenn man dann einfach nur diese Stempel gefärbte Gase dran macht? Ein kleines Element hier mit der Schablone. Und ich finde, dann sieht das immer gleich irgendwie total toll aus. Nochmal einen Charme dran gehängt. Ja, dass man mit diesen Kleinigkeiten so irre Effekte erzielen kann. Das macht mir immer wieder Spaß. Jetzt dann einfach so zum Raufklappen. Platz zum Schreiben und Gestalten natürlich. Noch eine Stoffseite. Hier kleben die Seiten aneinander. Ach ja, eine Möwenfeder. An der Ostsee. An der Nordsee gesammelt. In Holland am Strand. Leave your Footprints. Hinterlasse Fußabdrücke. Ja, das ist eine gute Idee. Sollte man, ne? Secrets of the Ocean. Geheimnisse des Ozeans. Ja, nochmal so ein kleines Extraheft. Das ist immer perfekt für die Resteverwertung. Und das habe ich dann tatsächlich auch mal getackert und nicht gebunden. Weil das einfach kurz genug war, dass man das mit dem Tacker zumachen konnte. Ich denke, das sind auch mal so süße Projekte für Kinder. Wenn man noch so ein paar Schnipsel hat, einfach mal so ein paar kleine Heftchen machen. Das finden die immer ganz toll. Meine Töchter haben dann da gesessen und haben geguckt, wie klein sie die machen können. Muss ich mal raussuchen. Muss ich mal zeigen, wenn ich die finde. Die haben dann solche mini, mini, mini Heftchen fürs Puppenhaus gebastelt. Die waren also wirklich so daumennagelgroß. Die hatten wirklich die Länge von seiner Klammer, wenn man die zusammengetackert hat. Da habe ich immer gestaunt, wie die Mädels da saßen mit einer Engelsgeduld und diesen kleinen Futzelkram da zusammen gebastelt haben. So, nochmal zum Hochklappen. Und hier haben wir nochmal zum Ausklappen. Klappen ist ja immer wichtig, ne? Das macht immer so, das bringt so schön Bewegung rein in diese Journals. Und auch nochmal eine Karte geprägt und einfach mit Aquarellfarbe bearbeitet, damit man dann noch weiter gestalten kann. Das ist schon mal ein schöner Hintergrund. So, hier ist dann, die ist dann durchgestempelt. Da habe ich dann alles draufgeschrieben, was mir halt eingefallen ist zum Thema Ozean. Da war mir gerade so danach Wasserwellen, Blue, Dream, Ocean, Deep, Bubbles, Sea. Alles Wörter, die mir in den Kopf kommen, wenn ich an Mermaids und an Wasser und ans Meer denke. Ach ja, da war dann noch ein kurzes Stück dabei. Das kann man dann auch immer gut verwenden, um nochmal eine Seite einzufügen. Wenn du eine schöne Buchseite hast oder sowas, kannst du das dann einfach hier hinter kleben. Oder eine Pocketross machen, wenn man es hier nochmal festklebt oder so. Da gibt es ja dann ganz viele Varianten, wie man das jetzt hier noch hübsch gestalten kann. Bietet sich vielleicht auch tatsächlich an als Tagebuch, als Urlaubstagebuch, weil einfach genug Platz ist, dass man hier noch so richtig schön sich austoben kann. Schöne Collagen reinkleben. Einfach das zu deinem eigenen Werk machen. Das ist, glaube ich, das, was mir immer am wichtigsten ist. Ich finde, ich möchte immer gerne die Grundlage liefern. Ich mache also total gerne diese Bücher, aber ich möchte immer, dass die Person, die dieses Buch bekommt, dann da wirklich auch ihr es draus macht. Und mich eigentlich nur so im Hintergrund als Grundlage verwendet, um dann wirklich dein Buch für dich mit deinen Gedanken, Gedichten, Lebensmomenten, alles, was dich so umtreibt, dass du das hier drin unterbringen kannst. Und hier habe ich noch was ganz Cooles gefunden. Ich habe nämlich geguckt, ob ich ein Gedicht finde irgendwie zum Thema Mermaid oder so. Und da habe ich aber nichts Gescheites gefunden. Und ich lese euch mal nur das letzte hier vor. Das ist von Goethe. Da hat sich nämlich für mich, kennt ihr so Aha-Momente, dass ihr so Sachen, die ihr so hört oder sagt oder so. Und man weiß gar nicht, wo das herkommt. Und irgendwann schnappst du was auf und denkst so, ah, deshalb. Gut. Das Wasser rauscht, das Wasser schwoll, netzt ihm den nackten Fuß. Sein Herz wuchs ihm so sehnsuchtsvoll wie bei der liebsten Gruß. Sie sprach zu ihm, sie sang zu ihm. Da war es um ihn geschehen. Halb zog sie ihn, halb sank er hin und ward nicht mehr gesehen. Das ist aus der Fischer von Goethe. Und dieses Halb zog sie ihn, halb sank er hin. Diesen Satz, den kenne ich also schon von Kindestagen an. Wenn man jemanden so halb gezwungen hat, wurde das bei uns immer so gagmäßig gesagt. Aber dass das aus dem Gedicht von Goethe ist, ja, da musste ich jetzt erstmal 50 Jahre alt werden, um das, 52 ungenau zu sein, um das irgendwie, ja, rauszufinden. Und das fand ich irgendwie ganz toll. Das ganze Gedicht ist sehr schön von dem Fischer am Wasser. Aber das kann man sich dann in Ruhe durchlesen, wenn man dieses Journal dann ergattert hat. Hier haben wir dann noch eine kleine Tasche mit meinen CD-Hüllen. Da habe ich auch schon eine Anleitung zu gemacht, wem das gefällt. Kann ich auch noch einen Link unten drunter machen, könnt ihr euch angucken. Wie man sowas macht, ist ganz einfach und macht totalen Spaß. Und setzt immer so richtig schöne Akzente. Ich habe dann noch ein paar von diesen Karteikarten im Tee gebadet und gestempelt. Irgendwas stimmt hier nicht. Das ist immer, wenn man die Spitze da dran klebt und dann die Seiten nicht gleich trennt, ne. Dann klebt das immer so ein bisschen beim ersten Durchblättern danach. So, hier dann nochmal ein bisschen gestempelt. Ja, das ist auch, sieht das nicht aus wie der Himmel, wenn man so am Strand steht und dann so guckt so. Gut, der ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so grün, aber ich finde, das sieht so wolkig aus. Das gefällt mir total gut. Manchmal klappt das mit diesen Pigmenten einfach super cool. Man kriegt die tollsten Effekte. Und manchmal ist es so, ja, auch ganz nett. Und das waren jetzt so Seiten, wo das also wirklich richtig toll funktioniert hat. Da war ich ziemlich begeistert, als ich mit dem ganzen Grün darum gehext habe. Meine leere Tasche, das geht nicht. Okay, da kommt natürlich noch was rein, das ist ja klar. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Wir sind fast am Ende angekommen. Hier hängt es auch schon wieder. Was stimmt hier nicht? So, jetzt stimmt's. Ja, das ist diese nochmal von dieser neue 3D-Folder, den ich da ausprobiert habe, wo ich dann ja schon sagte, ich will sehen, dass wir die in den Shop bekommen, weil ich die einfach nur total toll finde. Für die Kartengestaltung. Ja, und nochmal eine kleine Tasche mit einem Spruch. Some days you have to create your own sunshine. Ja, das ist wohl wahr. An manchen Tagen musst du deinen eigenen Sonnenschein produzieren. An den meisten eigentlich, oder? Also ich meine, wir wohnen in Deutschland. Im Moment geht's ja. Aber wir haben ja jetzt eine sehr lange Phase gehabt, wo wir wirklich uns selber die Sonne irgendwie machen mussten. Wieso ist da eine Büroklammer? Ah, fürs Foto. Die gehört da gar nicht hin. Und auch hier ist nochmal eine Tasche, in der nichts drin steckt. Auch da werden wir noch was drin unterbringen. Das ist ja klar. Das wird ja, bevor das dann verschickt wird, sowieso nochmal komplett durchgeblättert und geguckt, dass überall in den Taschen was drin ist. Auch während dem Tutorial, also während den Flips, wo es nämlich ja dann Sachen raus und so, dass das alles wieder richtig schön eingeräumt ist und im perfekten Zustand beim neuen Besitzer ankommt. Und hier kleben überall die Dinger. Da hatte ich es wieder zu eilig. Ich klebe das noch ein bisschen vom Spitze einkleben. So. Dann haben wir hier noch einen netten kleinen Briefumschlag. Und das ist auch mit dem Prägefolder einfach ein kleines Klappkärtchen zusammen gemacht. Zur weiteren Dekoration. Und diese Seite hier, das muss ich jetzt mal sagen, die versetzt mir jedes Mal einen Schock. Immer wenn ich diesen Fisch hier sehe, dann denke ich immer, ich habe die Seite hier verkehrt rum eingesetzt. Weil wenn ich den angucke, liegt der für mich auf den ersten Blick immer auf dem Rücken. Ich weiß auch nicht warum. Da falle ich jedes Mal drauf rein. Dabei hat er ja die Schwimmflossen unten und die gehören ja eigentlich nach oben. Aber für mich ist das irgendwie eine optische Täuschung. Da habe ich mich beim ersten Mal richtig erschrocken. Als das Buch fertig war, dann habe ich gedacht, au Backe, jetzt hast du die Signatur verkehrt rum eingenäht. Nein, habe ich gar nicht. Ich habe nur verkehrt geguckt. So. Und nochmal eine schöne kleine Meerjungfrau. Und hier hinten haben wir dann noch eine kleine Besonderheit. Einmal zum Aufklappen. Dahinter verbirgt sich nochmal ein kleiner Schreibblock. Für Notizen. Vielleicht möchtest du dir aufschreiben, die Ideen, was du hier so gestalten wolltest oder so. Ein paar Notizen machen, damit du es nicht wieder vergisst. Und wenn die Blätter vollgeschrieben sind, kannst du die natürlich auswechseln. Einfach den Mini-Bread hier aufmachen und neues Papier schneiden und da rein. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache. Und dann haben wir hier nochmal den kleinen Umschlag. Die gibt es auch bei uns im Shop. Den habe ich einfach angemalt. Der ist ja sonst einfach so wie so Craft Paper. Und da habe ich meine ganzen Sticker, die ich noch über hatte und sowas, habe ich einfach alles hier reingetan. Damit genug Dekomaterial vorhanden ist. So. Das waren sie, die zwei. Die Mermaid Secrets. Und jetzt falle ich wieder auf mich selber rein. So funktioniert das nicht. Erst da zu machen. So, dann ganz zu. Aber ich möchte jetzt noch einmal, ich gehe mal jetzt ganz weit zurück. So. Gucken wir mal, ob wir das hingehen. Und dann möchte ich die beiden nochmal nebeneinander legen. Noch einmal zum Gucken und zum Vergleich. Und so. Das sind also die beiden unterschiedlichen Gestaltungsvarianten, die ich mir ausgesucht habe für mein Aquarium. Und ja, ich bin sicher, dir werden noch tausend Dinge einfallen, wie du das dann machen kannst. Das ist also, sind die beiden Geheimnisse der Meerjungfrauen. So. Das war ja jetzt unheimlich viel zum Gucken. Ihr wisst ja, Ideen klauen, ne? Erlaubt und gewünscht. Was auch immer du hier siehst, was auch immer dir gefällt, du darfst es gerne für dich und für deinen Journal verwenden. Ich freue mich, wenn ich davon was zu sehen bekomme. Entweder auf Facebook, auf Instagram oder vielleicht schreibst du mir sogar eine E-Mail an diebastelwerkstatt.atfunkelkram.de. Da ist meine E-Mail-Adresse. Werde ich immer wieder gefragt. Sag die nochmal. So. Warum halte ich die verkehrt rum? Weiß ich auch nicht. So ist sie richtig rum. Und ja, ich antworte so schnell ich kann. Ich kriege inzwischen relativ viel Post und ziemlich viele Fotos. Ich gebe mir also immer Mühe, innerhalb von kürzester Zeit darauf zu reagieren. Und wenn das mal ein bisschen dauert, dann seid so gut und habt Verständnis dafür, diese ganzen Tutorials und das alles zu machen. Das ist ja sehr zeitaufwendig. Und ich gebe mich dran, wann immer es geht. Wenn dir das jetzt gefallen hat, dann hinterlass mir gerne einen Daumen hoch. Schreib mir super gerne einen Kommentar. Sag mir doch mal, welches von den beiden gefällt dir denn eigentlich besser? Gefällt dir eins besser? Oder findest du sie gleich schön oder unterschiedlich schön? Wenn du eine Idee dazu hast, was du in so eine Shadow Bugs noch reinbasteln würdest, jetzt nicht Mermaid, sondern irgendein ganz anderes Journal, würde ich das auch total gerne hören. Und noch viel lieber würde ich es irgendwann sehen. Also wäre das ganz toll, wenn du das dann irgendwo teilen würdest. Abonnier gerne den Kanal, dann kriegst du noch mehr von solchen Videos zu sehen. Und jetzt würde ich sagen, ran an die Basteltische, nehmt die ganze Inspiration und macht irgendwas ganz Tolles. Habt einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.